Darum ist es natürlich wichtig, auch die Geschwindigkeit zu beachten, wenn man das schön in der Linie lässt, ist man optimal auch immer von der Geschwindigkeit her. Jetzt müssen wir praktisch starten, jetzt müssen Sie nach hinten drücken. Genau, nach vorne, nach hinten wieder, nach vorne, genau. Und den Ball immer versuchen, ihn in dieser Bahn zu lassen. Genau, sehr gut. Da läuft die Zeit rückwärts, also eine Minute, wissen Sie auch immer genau, jetzt habe ich noch 38 Sekunden zum Trainieren. Wenn dann das bei Null ist, zeigt er an, bitte Gerät wechseln, dann würde man zum nächsten Gerät rüber gehen. Also das macht jetzt nur dies? Genau, das ist jetzt nur ein reiner Hüttelstrecker, der damit trainiert wird. Genau, nach 20 Sekunden, dann haben Sie es geschafft. Das erste Witz. Das wird Today sein Ohr. Ihr wisstおい donde nie Kopp rinde. Wir werden es im Hinblick, die hearts monst5-L�dliefer Bewitz der Haupt, das ist immer mehr von der komplette die Rwand vor dessus sein. Nein, mir ist, nichts zu options.